Hallo, ich bin Patricia aus München und seit ich dieses neue, tolle Handy habe, bin ich nur noch im Internet und ich kann eigentlich gar nicht mehr ohne Leben. Zwei Tage ohne Internet, das ist wie ohne Essen, ich weiß es nicht, man kann einfach nicht mehr nicht kommunizieren. Und ich weiß nicht, ich bin glaube ein großer Teil dieser Website, wie wir alle. Und ich glaube, das Internet und diese moderne Kommunikationsmittel absolut Zukunft sein werden.